Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Simon Gabertuller und es freut mich, dass du heute mit dabei bist. Ich habe diese Tage 5000 Abonnenten auf meinem Kanal erhalten und habe mittlerweile praktisch 2 Millionen Klicks. Das freut mich sehr, denn ich habe vor weniger als eineinhalb Jahre hatte ich 2000 Abonnenten und eine Million Klicks. Der Kanal ist gewachsen und es freut mich, dass du dabei bist und so viele mitzuschauen. Ich hatte Ende letztes Jahr eine Umfrage gemacht, was ich noch auf meinem Kanal erweitern soll. Da kam ein Feedback, dass es gut wäre, wenn es eine Liste gäbe, wo alle meine Videos aufgelistet sind, nach denen man filtern kann, nach Version, Kurs und auch suchen kann. Ich habe seine Liste erstellt als kleines Dankeschön für die 5000 Abonnenten und die vielen Klicks und ich zeige dir jetzt kurz, wo diese Seite zu finden ist und wie diese funktioniert. Wenn du Feedback dazu hast, wenn du etwas siehst, was nicht logisch ist oder nicht funktioniert, das freut mich, wenn du mir Feedback gibst. Ich danke dir weiterhin, dass du treu zu meinen Zuschauern gehörst und wünsche dir weiterhin viel Spass beim Videoschneiden. Diese neue Seite, die ich erstellt habe, die findest du unter www.gabatooler.me-video. Das ist eine Seite, wo alle meine Videos aufgelistet sind. Das sind mittlerweile über 750 einzelne Videos. Die sind da auf einer Liste nach Erscheinungsdatum sortiert. Da kannst du so weit zurück, wie es eben geht. Aber damit du das findest, was du suchst, kannst du hier oben eine Version auswählen, dazu einen entsprechenden Kurs oder auch nach einem Stichwort suchen. Und wenn du jetzt zum Beispiel da die Studio 21 Version auswählst, dann werden nur noch die Kurse angezeigt, die ich auch anbiete, beziehungsweise zu denen es auch Videos gibt. Und wenn ich da den Grundlagenkurs auswähle, dann verschwinden links auch die Versionen, weil den Grundlagenkurs gibt es jetzt nur für Pinnacle Studio 21. Und jetzt sind da alle meine Videos aufgelistet. Du siehst eine kurze Beschreibung, wann dieser Film erschienen ist. Und du kannst jetzt auf dieses Foto klicken und dann kannst du das Video direkt betrachten. Und wenn du jetzt zum Beispiel von einer anderen Version etwas anschauen möchtest, dann kannst du einfach da diese Sachen wieder deaktivieren. Dann werden wieder alle Filme aufgelistet. Also zum Beispiel könntest du da für Pinnacle Studio 14, falls du das noch hast, da gibt es zum Beispiel einfach den Kurs Tipps und Tricks. Oder für zum Beispiel Pinnacle Studio 16 bis 20 gibt es diesen Umsteigerkurs. Oder Pinnacle Studio 16 und 17, da gibt es auch einen fortgeschrittenen Kurs und einen Einführungskurs. Und wenn du da jetzt irgendetwas suchst, kannst du auch nach einem Stichwort suchen. Du kannst da die ganze Liste durchgehen oder du kannst auch irgendetwas eingeben. Zum Beispiel Schlagwort und du kannst dann dieses Wort auswählen. Und dann werden nur noch die Videos angeboten, die auch diesen Tag oder dieses Stichwort beinhaltet. Du kannst es auch wieder löschen, um alles nochmals anzeigen zu lassen. Und es ist so, dass das halt einfach filtert. Wenn du da irgendetwas klickst, musst du vielleicht kurz warten, bis das da auf der rechten Seite aktualisiert wird. Einfach so funktioniert das. Aber du kriegst dann halt so immer etwas angeboten. Wenn du etwas siehst, was nicht stimmt oder fehlt oder noch nicht optimal ist, dann schreib doch einen Kommentar auf YouTube. Ich schaue, dass ich die ganze Liste noch etwas verbessern kann. Das wird sich dann zeigen, wie nützlich das ist. Gib mir doch Feedback, wie es dir gefällt. Und das einfach als kleines Dankeschön für die Treue, die du mir gibst, für das Abo und auch die vielen Klicks. Vielen Dank, dass du mit dabei bist und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du mit dabei bist.